So, hallo! Und willkommen zurück zu... ... zu... ... zu... ... sagen wir mal kurz weiter, goodbye to Spare! Ja, einfach... ... alles durch! Ich hab die falsche Taste gedrückt! Verdammt! ... sie gedrückt anstatt... ... naja... ... ist, ist, äh, ich... ... ich weiß, ich weiß nicht... ... ja, ja... ... äh, ja... ... äh, ja... ... never... ... uuh... ... so, jetzt nochmal... ... also wir kommen zurück zu goodbye to Spare... ... äh, sagen wir mal bei 2... ... in der letzten Folge haben wir mit dem Klassiker angefangen... ... und wie ihr seht... ... total erfolgreich... ... denn wir sind immer noch bei der Waffe... ... das Pillar, hm? ... nein, der Hammer! ... der Klassiker hat diesen Hammer... ... und sie hat den Krap aus dem! ... nein, das ist... ... das ist... ... was ich nicht gemacht habe... ... dass die Offensicht die Mörder... ... was ich nicht gemacht habe... ... denn das... ... wie der Krap nicht richtig getroffen... ... vorge... ... das ist... ... die Stimmen... ... und hier... ... was... ... das ist... ... ja... ... genau... ... ja, stimmt... ... das ist... ... dass... ... das ist... ... wunderschön... ... so... Das ist ein... Ja! Was? Kein Sinn! Macht keinen Sinn! Dann, warum verletzen sie das Öl? Wenn sie nicht wollen, es zu spät, würden sie den Hammer verlassen. Du bist ziemlich inhaltlich, Babygangster! Babygangster? Ich? Ja! So kann man sich Freude machen. Genau! Und das hast du getan, Kazuhichi? Genau! Wie gesagt, man kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich die Säule war! Was ist das Problem? Es gab nichts anderes in der Schmerzszene, das wie eine potenzielle Wehle Dann... Wie gesagt, wir schauen es aus einem anderen Angeln. Wenn es nicht Öl hat, ist es nicht die Wehle. Also was, was Öl hat, muss die Wehle sein, richtig? Genau! The action weapon has all on it, but if it's... But if it is... But if it's something at the crime scene, that had all on it... Was ist das? Ich sehe! The only thing with Öl on it, is that broken pillar. Genau! Then that pillar is the weapon! Coach Nakamaru got clobbered with that pillar! Ja! Nobody could stand a blow from that pillar! If you had used 100% of your muscle strength, it would be impossible to wield it as a weapon! Genau! Why? We tried to move it, right? Genau! It's nice! It's barely plunging! Didn't I tell you? Yeah, that pillar was pretty freaking heavy! Genau! But there's one dude who could have lifted that pillar! Yeah, totally! Huh? Who are you talking about? Coach Nakamaru's robot body! With that dude's super strength, lifting a pillar would be real easy! Yeah! So, he lifted the pillar, and then what? Did he use it to beat himself? You mean, Nakamaru killed himself? Don't be stupid! He ain't the type to commit suicide! Then even if Nakamaru could have lifted that pillar, it has nothing to do with the case at all! Well, I guess you're right! What the heck?! But it does bother me a little! What word, that word suicide? By the way, the father of mother of the killing of school life was apparently murdering suicide! But that's a problem! If it's not the pillar, then there's no other weapon we can think of! Um, there may be a way to use the pillar as a weapon without lifting it! Huh? For reals? Yes, for reals! Well, that's what you said to me! So, my gut was right after all! Alright! It's up to you, Sonya! Prove that pillar was the murder weapon! Understood! Then I shall give it my all! What the hell? What the hell? What are you doing?! What are you doing?! I can't just say that! Sonya! Here I go! Just say it! I have to not to stop this! I have to stop this! Yes! If the pillar was not lifted, beating him with it is beyond a dream! Oh! What about tipping the pillar over? Hmm? This isn't... Dammit! Okay! There's no need to lift that! If the pillar was beating him with it is... What about tipping the pillar o- They aimed right for his head and bullseye! Even I could probably tip it over! Considering the pillar's weight... It probably exerted a ton of force! Sonya! You go, girl! Hehe! I'm getting hella excited! Hmm... There's no need to lift that pillar! If the pillar was not lifted, beating him with it is beyond a dream! If the pillar was not lifted, beating him with it is beyond a dream! What about tipping the pillar over? Okay, is this okay? Damnit! Damnit! There's no need to lift that pillar! If the pillar was not lifted, beating him with it is... What about tipping the p- The aimed right for is... Even I could probably tip it over! Considering the pillar's weight... Hmm... Hmm... Ah so... Ok, I know what I have to do... Also... If the pillar was beating him with it is... What about tipping the pillar o- They aimed right for his head and bullseye! Even I could probably tip it over! Considering the pillar's weight... Ich wissen wahrscheinlich das nicht. Ja. Hm. 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 There's no need to lift that pillar. If the pillar was not lifted, beating him with it is beyond a dream. What about tipping the pillar over? Oh. Oh. If Nekomaru was crushed by the pillar, then there should have been fragments on top of his body. Oh. 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 Oh, Oh. Sorry. Oh. Oh, yeah. Oh. Wenn sie es nicht überrascht haben, dann wie der Körner zerstörte Nekomaru Nekomaru mit diesem Pillar? Wie lange wird du auf der Körner fokussieren? Lass es schon weg! Da... Da kann ich es weg. Ich bin positiv, dass Nekomaru Nekomaru wurde von diesem Pillar. Warum bist du so sicher? Ich habe nur ein Gefühl. Ein Gefühl, oder? Das sind nur deine Instinkte. Aber wir können sicher nicht sagen, dass dieser Instinkt falsch ist. Können wir? Es gibt eine andere Weise, um diesen Pillar zu töten zu nutzen. Ihr habt es nur noch nicht gesehen. Ist das wahr? Dann werde ich dich fragen, welchen Weg du hast? Ihr ... das gleiche wie immer. Nein, nein, jetzt kommt wieder seine ... ... seine Seite raus. Ihr wisst schon, die ... ... die alles und jeden hasst und so. Wissen ... Wissen ... ... ist eine sehr kräftige ... Waffe. Wissen ... Wissen ... Wissen ist eine sehr kräftige Waffe. Genau ... Wissen ... Wissen ... Was glaube ich? Quatsche ... Wissen ... Wir erklären uns ... ... wie der Pillar benutzt wurde! Aha. Aha. Ah, okay. Jetzt bin ich interessiert. Sag weiter. Wissen kann man nicht sehen. Du hast keine Ahnung, Gantem. Weil ich, derjenige, der dominiert über den Schädel, bin ich die ultimale Waffe. Gantem, ich mag dich. Ich mag dich sehr. Aber nein. Ich bin er der, der kallt den Insolent Katalist, der aus dem Chaos mit dem Schädel. Ich mag dich nicht. Es ist nur wichtig, dass ich die ultimale Waffe. Nein. Nein. Du bist viel größer als die ultimale Waffe. Seitdem du deine vier dunklen Dämonen der Destruktion gewöhnt hast. So. Ja, gut. Wie gesagt, ich mag Gantem. Aber so fanboyen würde ich jetzt auch nicht. Ich sehe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum. Aber ich mag das nicht. Natürlich nicht. Weil du bemerkst, dass du bei Smithsonian keine Chance mehr hast. Okay. Das hattest du von reinig. Was ist die ultimale Waffe? Ja. In order to clarify that. We first need to solve the secret of the Funhouse. Ich bleib dabei. Die ultimative Waffe ist Wissen. Huh? The secret of the Funhouse? You still don't realize it? Geez, get it together. You're supposed to be the symbols of hope, aren't you? Ah, I forgot. Except for Hajime, of course. Except for Hajime? If we make it out of this, I'll explain it to you guys. Anyway, we must first clarify the secret of the Funhouse, right? Yup. Then I think it must have something to do with the structure of the Funhouse. No shit, Sherlock. Eh, Sonya. Strawberry House leads to Strawberry Tower, and Grape House leads to Grape Tower. But in actuality, they are both the same building, and both houses are linked to the central tower. It is undeniable that such a sweet building structure is the secret of the Funhouse. No. No. Not only does that make perfect sense, but Ms. Sonya's beautiful voice is just so soothing. Oh, sure. I will leave this matter to your discretion. What? Was that was at the beginning? I don't like it. I don't like it. If... ... 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